So you wanna be starting something, you got to be starting something Franchasco von DSDS Nervst du dir das eigentlich, wenn die Leute sagen, von DSDS? Nö, ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo die Leute dann einen Zusammenhang mit mir haben Okay Ähm, also ich persönlich auch immer so, fuck, Alter, hätte der dieses Konzert mal machen können, ey, der wäre durch die Decke gegangen, ne? Vier Stunden abverkauft der Ticket, alles ausverkauft Das waren, glaube ich, 800.000 Tickets gewesen, 50 Shows Die Idee ist, für die Fans zu verwirklichen Okay, das gefällt mir, das sind die allerletzten Konzerte, weil Wähl